Einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße Sie hier aus dem NGGTV-Fernsehen-Gebäude. Einen wunderschönen guten Morgen, was ist los mit dir? Ich sag einen. Was das Millionen kostet, wenn der Verein steht auf dem Spiel, in der Fall du lachst, kostet das Millionen. Einen. Irgendwann läuft's. Nicht schlecht. Hallo Hansi, hallo Peter. Herzlich willkommen liebe Zuschauer hier am wunderschönen Samersee. Die, das heißt jetzt Samer, oder? Samer ist falsch. Was für eins der Quatsch? Saimer. Hallo Hansi, hallo Peter. Herzlich willkommen liebe Zuschauer hier am wunderschönen Saimersee. Die, die, äh Scheiße. Egal, ich kann weiter machen. Sehr geehrtes Giecher. Okay. Muss man mal Eier zeigen. Die ist verantwortlich übernimmert. Schön für ein Ei. Einzestehen. Hey, super. Jetzt bleib halt drin. Komm jetzt, jetzt war's doch schon mal. Einfach in der Saison geht's nicht. Was ist das? Jetzt geht er halt einfach rein. Einmal geile Drehung. Ich verkaufe meinen Körper. Ganz, ganz billig. Ganz, ganz billig. Ich verkaufe meinen Körper. Der Tanzer. Der Tanzer. Der Tanzer. Der Tanzer ist nicht. Der Tanzer ist nicht. Ich hab's noch. Der Tanzer hat's. Der Tanzer hat's. Wo, wo, wo? Ich verkaufe meinen Körper. Ganz, ganz billig. Fuß mit einem Fuß hoch. Der Tanzer ist nicht. Oh, 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 oh! Jaaaahhhhhh! Oh, der tut mir leid, Marc. Ich schmeiße es gleich wieder leid.